Boah, das war Arbeit. Boah, das Lied zu schreiben, das war richtig anstrengend. So, jetzt sag ich mal, feiern wir das mal erstmal hier. Machen wir erstmal ein Bier. So, gib mal ein Bier. Nee, Bier haben wir nicht mehr. Was? Ja, ist alle. Was? Ja. Wie Bier ist alle? Ja, hast du selber ausgesoffen? Hättest du den Kasten nicht weggehext? Hättest du jetzt noch was? Ja, wie mein Gott. Ja, ich glaube auch ein bisschen, du hast ein Alkoholproblem, Freundchen. Das kann doch gar nicht sein. Ganz ehrlich, ich bezahle dich hier nicht für saufen, ja? Schön wär's. Du bist hier der Musiker und ich bin hier der Produzent. Moment, das heißt, du musst jetzt hier den Lied ausdenken oder so. Mach ich. Jetzt hast du ja ein Thema, ne? Kannst du ja jetzt mal ein Lied darüber schreiben, wie es ist, wenn man kein Bier mehr hat. Ja, mach ich auch. Pass auf. Am besten so ein ganz schnulzig, so ein, ja, weiß ich nicht, wie du, wenn du mit der Freundin Schluss gemacht hast. So ein Lied, ne? So wie Udo Jürgens Merci Chérie oder so eine Scheiße. Das ist eine gute Idee. Udo Jürgens find ich auch gut, dann mach ich ein Lied jetzt. Pass auf. Ja, du sollst jetzt nicht 1 zu 1 Merci Chérie jetzt, ach, leck mich ab, mach einfach. Merci, Merci, Merci für die Stunden, Chérie. Chérie, Chérie, unsere Liebe war schön, so schön. Merci, Chérie, sei nicht traurig, was ich auch von dir gut. Ab ins Altglas mit dir. Ha! Ha! Adieu! 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 Dein Traum tut sich so viel so viel so viel. Und dein Traum liegt dahin, dein, 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 dein Zwingen kann, hat kein Glück. Wir können mehr, ist so wild, wie das Bier. Was ist das? Dankeschön. Ja, danke. Danke für den Gaben. Bis bald. Dankeschön. Ich muss ehrlich sagen, hast du echt gut hingekriegt. Ey, meine Fresse, genauso wollte ich dir. Das Ding geht durch die Decke. Ja, sag ich doch. Das Ding geht richtig durch die Decke. Habe ich doch gesagt. Ist auch ein geiles Lied. Ist ein richtig geiles Lied. Ja, pass auf. Und ich will jetzt auch was dafür haben, ne? Und zwar ordentlich, Kollege. Richtig was? Bis 50 Kästen. 50 Kästen, ganz klar. Von mir aus 100. 100 Kästen. 100 Kästen. Was soll das denn? Pass mal auf, Freundchen. Im Vertrag steht, 1000 Kästen, ja? Und zwar vom Fass. Von Fass. Fass. Bens. Vielen Dank.